Musik Vollsperrung hieß es am 7. April auf der Landstraße 191 zwischen Nonnewitz und Theisen. Grund dafür war die Einsetzung von Brückenteilen für eine der sechs Brücken der im Bau befindlichen Umgehungsstraße für die Ortschaft Theisen. Die vorgefertigten Brückenelemente wurden mit Schwerlasttransportern angeliefert und konnten dadurch direkt auf die vorgesehenen Brückenaufsätze gehoben werden. Läuft alles nach Plan, soll die Ortsumfahrung Ende 2019 fertig sein. Musik